Hey Leute, guckt mal, habt mir ein paar Schweinereien aus Österreich bestellt. Man gönnt sich ja sonst nix. Da werde ich mir zu Weihnachtszeit schön den Napp voll mitmachen. Le Camillo, das Zeug kommt von Volcano. Äh, darf man das hier überhaupt sagen? Ach, egal. Schön, dass hier für Produktplatzierungen draufklatschen und gut ist. Ist ja auch für einen guten Zweck. Bei denen wird Tierwohl endlich noch groß geschrieben. Anders als bei den ganzen Hackotheken im Supermarkt. Also, falls ihr noch ein Geschenk für Weihnachten braucht, für Hund, Hai, Habich, Hecht oder auch Herrchen, dann greift doch hier zu. So, ich muss los, Leute. Die Schweineschips schnabulieren sich nicht von selbst. Ruff!